Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, fuck Oh, Kacke Bin ich eigentlich die Einzige, die Weihnachten total stresst? Der Horror, da schiebe ich bei der Arbeit nur Überstunden Ich musste heute 39 Muschis wachsen Wer ist die Nächste? Oh mein Gott, ist das ein neues Gesetz? Zu Weihnachten braucht jetzt jede Uschi eine haarlose Muschi? Letztes Jahr habe ich Wochen gebraucht, um für alle die perfekten Geschenke zu besorgen Und wisst ihr, was ich bekommen habe? Einen Pimmelbären und Plüschhandschellen Das geht ja gar nicht Rosa Plüschhandschellen Ich hatte ewig keinen Spaß mehr an den Feiertagen, wisst ihr was? Dieses Jahr wird unser Weihnachten Kacke Mom? Mom? Scheiße, ich glaube ich spinne Hey Mom Wo ist denn euer Baum? Ich habe keinen gekauft, das ist Zeitverschwendung Ich will Weihnachten dieses Jahr einfach nur genießen Amy, du bist deine Mutter Mütter genießen nichts Sie sorgen dafür, dass alle anderen genießen Dafür sind Mütter da Wow, du hast wirklich toll dekoriert Wie lieb von dir Dein Dad ist wirklich umwerfend Du magst ihn doch nicht mehr Was, wie kommst du denn darauf? Ich habe euch bei einem Schlafzimmer gehört Du hast ihn angeschrien, immer wieder Das waren Schreie vor Freude Dann hast du gegen die Wand geschlagen und so ein Wort mit F gerufen Du hast geschrien Oh fuck, oh mein Gott Genau so Oh fuck, oh mein Gott Oh fuck, oh mein Gott Okay, okay, shh I take them home Oh, ho, 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 ho Untertitelung des ZDF, 2020